Okay, diesmal sind wir hier in Desert und zwar in einem Hardcore Team Deathmatch. Eins meiner Lieblingsspiele, weil ich da recht gut bin. Hm, warum auch immer. Ähm, die Frage ist jetzt, wo hat der angefangen? Oh, Kacke. Hm, na dann. Gucken wir doch mal, der müsste jetzt eigentlich... Ah, ist schon beliebter. Cool. Okay, ich probiere es so. Mit ein bisschen mehr Streuung. Ich bräuchte eigentlich nur die Mitte von meinem Bildschirm. Das wäre ein bisschen praktisch. Aber selbst so ein kleiner Punkt wäre ja zu viel Hilfe. Und schieten will ich da nicht mit irgendwie was auf dem Bildschirm kleben oder dem Bildschirm... Gibt es ja welche, die malen da mit einem... Mit einem Filzstift oder so, malen die da was drauf. Funktioniert natürlich. Ach, da sind die Jungs. Okay. Okay. Das ist jetzt Müll. Ähm. We are starting here. I'm going this way. Reintritt, ich fände das Ganze auch auf Englisch und halten, ähm... Wäre noch nicht so ganz hochqualifiziertes Englisch. So, irgendwie hat es gerade wieder gehongen. Revenge. Bravo. Und damit bin ich auf 3-3 und wieder... Zumindest mal im Reinen. Was das angeht. Wo hat er geballert? Oh nein. Hätte ich mal ein bisschen lauter ballern können da hinten. Ich will gar nichts mitbekommen. Mal mit meinem eigenen Ballern. Okay, ähm... Okay, äh... Wo... Könnte ich denn nicht versteckt haben. Da oben anscheinend... Fuck. Okay. Nee. Nee. Verdammt. Wieso sind die da hinten allein gerannt? 406. Das ist so schlecht. Ähm... Reintritt, müsste ich den jetzt hier langsam... Ich bin gekommen. Oh kack, wieso hängt das gerade so? Hätte ich den vorher nochmal neu starten sollen, wahrscheinlich. Die spawnen ja jetzt immer bei mir oder... Wem anders aus meinem Team. Ich glaube aber hauptsächlich bei mir. Ich bin ja... Ich bin ja der Host von da... Nein! Dann... Ich weiß nicht... Warte, hab ich die... Ge... 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 Ey, nö! Hm. Ich wollte mich hier verkohlen, oder was? Oh, was ist? Ah, okay. Hm. 619, so ne Scheiße. Ah, ich bin der Einzige mit Assist, also bin ich schon mal fürs Ende. Best Assist. Okay, er hat sich verraten. Da hinten kommen die dann immer gern lang. Ich hab ihn gesehen. Blöde Erschütterung, die renkt einen immer so ab. Was die von der anderen Seite kommen, nervt. Verbrauch mal hier mehr Leute. 7, 1, 10. Danke, komm schon. Da macht's mehr Spaß mit guten Spielern zu spielen, weil die dann... Naja, das schon öfter gespielt haben und dann taktisch ein bisschen höher drauf sind. Da oben scheint einer zu sein. Sehr schön. So, kriegst du hier ja nicht raus. Nein! Nein! Okay, das war jetzt nicht ganz so optimal. Hm. Hm, 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 hm. Löffet der hier die ganze Zeit Granaten? Ui, da war der wohl schneller. Ähm. Hm. Hm. 9, 1, 12. Find ich jetzt nicht so gut. da war doch einer aus da ist einer von Kollegen gewesen okay normal benutze ich die nicht ich weiß doch drauf aber Camper sind oder nicht es zählt ob man trifft oder nicht obwohl Campern hier wirklich nicht das Optimum ist was muss man dazu wirklich sagen jetzt probier es nochmal hier mit rein theoretisch es ist die falsche Waffe ok ok so nein wieso bin ich so langsam ok den dürfte ich kriegen nein oh kacke ich glaube ich hole den von hinten anders kriegst du den kaum da weg wenn ich Glück habe treffe ich nebenbei noch auf ein paar Jungs von dem die ich dann wegschließen kann wow sogar fuck nein sind das meine Jungs sieht fast doch noch aus meine Jungs ja meine Jungs hey wieso können ich hasse es ich hasse es ich hasse es ok 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 12 1 19 ich war schon mal besser wuhu das ist natürlich jetzt echt Glück gewesen wuhu das war jetzt auch nicht schlecht ich sollte einfach mal nachladen sehr gut hm 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 könnten die Jungs sein die müssen irgendwo links von mir sein na war klar 15 1 22 so schlecht verdammt wieso bin ich diesmal so schlecht ich wette die Feuerern aus der Hüfte und haben dann irgendwie sich die Mitte vom Bildschirm markiert das wäre eine Erklärung wir haben ein bisschen cheaten und wir haben ein bisschen cheat